Der dritte Geschäftsvorfall. Es kommt eine Rechnung vom Anwalt über 500 Euro. Jetzt ist es ein wenig Geschmackssache, wie man anfängt. Ich fange jetzt einfach mal mit der Sollseite an und überlege mir eine Rechnung vom Rechtsanwalt. Die habe ich bekommen und eine Rechnung vom Rechtsanwalt ist immer Aufwand. Also mache ich mich auf die Suche in Kontenklasse 4, wo nur Aufwendungen drin stehen. Meistens ist es auch betriebsbedingt. Es ist leider heutzutage so, dass Unternehmen immer öfters Rechtsanwälte brauchen. Und ich werde jetzt fündig in Kontenklasse 4 mit dem Konto 465 Gebühren für Rechtsschutz. Das ist das passendste Konto und das nehme ich. Die fertige Buchung lautet dann Gebühren für Rechtsschutz 465 500 Euro Vorsteuer nicht vergessen, die gehört da auch dazu, an Verbindlichkeiten aufgrund Lieferungen und Leistungen mit dem Bruttobetrag. Und fertig ist die Buchung.